Herzlich Willkommen zu meiner Einführung in die Wettbewerbsanalyse. Der Titel lautet Wettbewerbsanalysen in der industriellen Praxis, weil die hier vorgestellten Methoden und Vorgehensweisen das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als Leiter der Abteilung Business Development in einem global aufgestellten Unternehmen sind und weil diese vor allem in Industriefirmen wirkungsvoll zur Anwendung kommen können. Sinngemäß können die Verfahren aber natürlich auch in anderen Unternehmen, etwa in Dienstleistungsunternehmen, angewandt werden. Wettbewerbsanalysen werden in Unternehmen vor allem im strategischen Management für Zwecke der Strategieanalyse und der Strategieplanung sowie Marketing eingesetzt. Analysen der Konkurrenz sind beispielsweise wichtig für die Positionierung eines Unternehmens im relevanten Markt und zur Beurteilung der Strategien, die die Hauptkonkurrenten verfolgen, aber auch um Bedrohungen durch potenzielle neue Wettbewerber erkennen oder um sich gegenüber der Konkurrenz differenzieren zu können. In der unternehmerischen Praxis können Wettbewerbsanalysen zu ganz unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Je nach Zielrichtung unterscheidet man zwei Arten. Zum einen die strategischen Wettbewerbsanalysen, die vor allem Inputs für Strategieentscheidungen und für die strategische Planung liefern sollen und zum anderen operative Wettbewerbsanalysen, die das laufende Geschäft und hier in erster Linie Produktmanagement sowie Vertriebs- und Marketingfunktionen unterstützen sollen. Bei der strategischen Wettbewerbsanalyse stehen eher ganzheitliche Betrachtungen im Vordergrund. Beispielsweise die Konstellation im gesamten relevanten Markt, also etwa die Wettbewerberlandschaft, die Marktpositionen der verschiedenen Konkurrenten oder Firmenvergleiche. Ein weiterer Aspekt betrifft die Konkurrenzfirmen, die hier in all ihren Facetten betrachtet werden, also etwa deren Strategien, ihre Portfolios, Finanzkennzahlen und Marktanteile sowie ihre Stärken und Schwächen. Demgegenüber dient die operative Wettbewerbsanalyse der Identifikation von Wettbewerbsvorteilen für den Vermarktungsprozess, zum Beispiel der Erkennung von Differenzierungs- oder Alleinstellungsmerkmalen, die im Rahmen von Marketingkampagnen genutzt werden. Aus diesem Grund wird der operative Teil auch häufig als taktische Wettbewerbsanalyse bezeichnet. Bei den Wettbewerbsvorteilen kann es sich sowohl um bereits existierende Wettbewerbsvorteile handeln, die im Sinne von Marketing- und Vertriebsargumenten verwendet werden können, oder um zukünftig erst noch zu realisierende Wettbewerbsvorteile, die Inputs für das Produktmanagement darstellen, also bei der Produktplanung und Entwicklung berücksichtigt werden sollen. Die Übersicht auf der Folie zeigt, wie sich die beiden Wettbewerbsanalyseverfahren unterscheiden, und zwar anhand einiger wesentlicher Merkmale, wie zum Beispiel den wichtigsten Inhalten oder Ergebnissen jedes Verfahrens, sowie der jeweiligen Zielgruppe und der genutzten Datenquellen. Wettbewerbsanalyse stellt einen Regelprozess dar, den man kurz gesagt so beschreiben kann. Aus einer Reihe definierter Inputquellen werden Daten und Informationen generiert und zu Ergebnissen verarbeitet, die über bestimmte Kommunikationswege an verschiedene Zielgruppen geleitet werden. Bei der Definition dieses Prozesses und der einzelnen Elemente sind folgende Aspekte von ganz besonderer Bedeutung. Zunächst sollte eine dedizierte Stelle eingerichtet sein, die für Aufgaben der Wettbewerbsanalyse zuständig ist, und zwar möglichst hauptamtlich, und die diesen Prozess etabliert bzw. pflegt und laufend optimiert. Ausgangspunkt sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen. Die Anforderungen beispielsweise einer Geschäftsführung an Wettbewerbsanalysen sind in der Regel natürlich andere als von Produktmanagement oder Marketing. Die Anforderungen beziehen sich dabei nicht nur auf die Inhalte, also welche Ergebnisse gewünscht werden oder welche Wettbewerber bzw. Wettbewerberaspekte wie z.B. Strategie, Produkte, Geschäftszahlen usw. betrachtet werden sollen, sondern auch auf Punkte wie etwa die Detaillierungstiefe der Informationen oder die Zeitpunkte bzw. Zeitintervalle, zu denen Analysen bereitgestellt werden. Oder eben auch die Informationswege, über die die Resultate kommuniziert werden. Gut gepflegte E-Mail-Verteiler, regelmäßige Newsletter und vor allem ein wohl strukturiertes Intranet-Portal stellen dabei eine Minimalausstattung einer effizienten Wettbewerbsanalyse dar. Entsprechend dieser unterschiedlichen Anforderungen werden eine Reihe von Standardergebnissen formuliert. Diese Standards sind wichtig, um eine solide Dokumentenbasis zu schaffen, die dann auch regelmäßig aktualisiert werden kann, sobald neue Wettbewerbsinformationen vorliegen oder verfügbar sind. Dennoch entstehen häufig auch spontan sogenannte Ad-Hoc-Anfragen nach Wettbewerberinformationen, die jedoch leichter und schneller bedient werden können, wenn eine gewisse Zahl an Standarddokumenten bereits existiert. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine systematische Datenhaltung vorhanden ist und dass ein effektiver Zugriff auf eine größere Zahl an internen und externen Informations- und Datenquellen möglich ist. Auf der vorhergehenden Seite wurden bereits eine ganze Reihe von Standardergebnissen der Wettbewerbsanalyse gezeigt. Auch hier kam wieder die Unterscheidung in strategische und in operative Wettbewerbsanalysen zum Vorschein, wenngleich in der Regel keine strikte Zuordnung der Dokumente in einer der beiden Kategorien möglich ist. Selbst Wettbewerberprofile beispielsweise, die hauptsächlich zur Überblicksinformation der Geschäftsführung dienen, also zumeist ein Dokument der strategischen Analyse darstellen, können Informationen beinhalten, die auch im operativen Geschäft wertvoll sein können, beispielsweise Produktinformationen, die das Produktmanagement benötigt oder Marktanteile, die Marketingverwendung finden können. Eine Zuordnung ist daher eher tendenzieller Natur und orientiert sich an den Zielen und Anforderungen der jeweils primären Zielgruppe. Auf dieser Seite sind elf Typen von Wettbewerbsanalyse-Dokumenten aufgelistet, die sich als Standardobjekte sehr bewährt haben, und zwar sowohl in der strategischen Wettbewerbsanalyse, bei der etwa Industrieanalysen oder Wettbewerbs-, Performance- und Marktanteilsvergleiche zu den üblichen Unterlagen bei der Strategieplanung und Entwicklung zählen. Aber auch in der taktischen Wettbewerbsanalyse, wo Produktvergleiche und Gegenüberstellungen, wie beispielsweise Quick Reference Guides, zum gängigen Handwerkszeug eines jeden Produktmanagers gehören sollten. Ebenso wie Battlecards und Positionierungspapiere regelmäßige Bestandteile von Marketingkampagnen sind. Für jedes dieser bewährten Standardergebnisse existieren übrigens Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und teilweise auch unterstützende Excel-Dateien, die der Erfassung, Verwaltung und Aufbereitung von Daten sowie der automatischen Berechnung von Ergebnissen und der automatischen Erstellung von Diagrammen dienen. Diese kostengünstigen Tools können auch auf meiner Website www.strategie-und-planung.de bestellt werden. Im Folgenden werde ich nun einige Beispiele für Methoden und Tools, die in der Wettbewerbsanalyse zur Anwendung kommen, etwas näher beschreiben. Ich beginne mit der Industrieanalyse. Bei der Industrieanalyse werden gesamte Branchen oder Industriesektoren untersucht und die wichtigsten Firmen der Branche bzw. des Sektors in einer Art Marktportfolio dargestellt. Die zu analysierenden Kriterien und Aspekte werden zumeist drei Kategorien zugeordnet, um eine Portfoliodarstellung zu ermöglichen. Die Kategorien können dann in der X- und Y-Achse sowie als Kreisgröße abgebildet werden. Hinter diesen drei Kategorien steht zumeist jeweils eine Aggregation vieler Einzelkriterien. Hinter der Kategorie Vollständigkeit des Portfolios beispielsweise, die sich besonders für Produkthersteller eignet, verbirgt sich im Detail, inwieweit durch das Produktportfolio alle relevanten Marktsegmente oder alle Performance- oder Größenklassen abgedeckt sind. Außerdem auch solche Punkte wie etwa Adaptierbarkeit der Produkte, Eignung der Produkte für unterschiedliche Vertriebskanäle oder Aktualität des Portfolios, um nur einige Beispiele zu nennen. Während bei Produktherstellern in der Regel die Vollständigkeit des Portfolios herangezogen wird, passt bei Servicefirmen eher die Regionalabdeckung als Beurteilungskriterium. Die zweite Kategorie Wettbewerbstärke eignet sich jedoch prinzipiell für alle Arten von Firmen und ist sehr aussagekräftig, dass sie sich aus Aspekten zusammensetzt, die auch Hinweise auf die Wettbewerbsstrategie der Konkurrenten geben, zum Beispiel relativer Marktanteil, relative Kostenposition oder Gewinnspannen, Kundenloyalität, Distributionsstärke, Qualifikation der Mitarbeiter und Führungskräfte, Innovationskraft und so weiter. Als dritte Kategorie wird normalerweise der Umsatz oder der Marktanteil und für die Darstellung symbolisch die Kreisgröße gewählt. Die Industrieanalyse ist bedeutsam, da sie Rückschlüsse auf die Marktchancen liefert und damit auf die zu verfolgende eigene Wettbewerbsstrategie. Rückschlüsse ergeben sich einerseits aus der Gesamtstruktur des Marktportfolios, also aus Anzahl, Verteilung und Größe der Firmen, zum Beispiel ob dominante Wettbewerbe existieren oder ob der Markt fragmentiert ist, andererseits aus der Position der eigenen Firma, relativ zu den Konkurrenten in Bezug auf Wettbewerbsstärke, Größe und die weiteren definierten Analysekriterien. Während die Industrieanalyse einen ersten schnellen Überblick über die gesamte Wettbewerbssituation innerhalb einer Branche oder eines bestimmten Marktes gibt, liefern Wettbewerbsvergleiche exaktere Rückschlüsse auf Stärken und Schwächen der Konkurrenz, das jeweils auf einer Reihe definierter Einzelkriterien beruhen. Auch die Position der eigenen Firma relativ zu den Wettbewerbern lässt sich somit differenziert ermitteln. Auf diese Weise erhält man genauere Hinweise auf mögliche Strategien zur Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit und Position. In der Praxis haben sich drei Kategorien für Wettbewerbsvergleiche mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten bewährt. Strategische Wettbewerbsvergleiche mit Schwerpunkt auf Kriterien, die die Strategie und den langfristigen Unternehmenserfolg beeinflussen, zum Beispiel Portfolio, Produktqualität, Preisposition, Vertriebsnetz, Markenstärke, Finanzkraft, Partnerschaften, Vision etc. Die Darstellung auf dieser Seite zeigt ein Beispiel für solch einen strategischen Wettbewerbsvergleich. Wettbewerber X sei das eigene Unternehmen, das bezüglich der in der linken Spalte aufgelisteten Kriterien mit fünf Hauptkonkurrenten verglichen wird. Es findet jeweils eine qualitative Bewertung jedes Kriteriums und Wettbewerbs statt und zwar auf einer fünfstufigen Skala von sehr starke Position über starke, neutrale und schwache Position bis hin zu sehr schwache Position, wobei jeder Bewertung ein entsprechendes Symbol zugeordnet ist. Zwei weitere Beispiele für Wettbewerbsvergleiche, die häufig im strategischen Management eingesetzt werden sind. Zum einen Performance-Vergleiche, die einen Schwerpunkt auf finanziellen Kennzahlen legen, zum Beispiel Umsatz, Wachstum, Ergebnis oder Return on Investment, Vermögen, Liquidität etc. Und schließlich Marktanteilsvergleiche mit Schwerpunkt auf dem Ranking, also der Reihenfolge der Wettbewerber in bestimmten Märkten auf Basis der jeweiligen Marktanteile. Im folgenden möchte ich als nächste Methode einen Produktvergleich kurz vorstellen, den man auch gelegentlich als Battlecard bezeichnet. Bei dieser Vorgehensweise werden zwei Produkte, nämlich ein Vertreter aus dem eigenen Produktportfolio und ein Wettbewerberprodukt, das denselben Markt adressiert, in einem 1-1-Vergleich einander direkt gegenübergestellt. Das Beispiel auf dieser Seite erklärt das Konzept dieses Instruments. Für eine Reihe definierter Produktmerkmale oder Eigenschaften wird jeweils beurteilt, ob das eigene Produkt entweder besser oder schlechter ist oder ob beide Produkte in etwa gleich stark sind. Da die Produktmerkmale des eigenen Angebots im betrachteten Marktsegment mit jeweils nur immer einem Wettbewerberprodukt verglichen werden, bedeutet das in der Praxis, dass für jedes Produkt jeweils mehrere solcher Vergleichsdokumente angefertigt werden müssen, und zwar so viele wie Konkurrenzprodukte als relevant angesehen werden. Wichtig insbesondere für taktische Zwecke der Vermarktung ist nun, dass die spezifischen Produktvorteile der eigenen Angebote gegenüber dem jeweils betrachteten Wettbewerberprodukt klar ersichtlich sind. Zusätzlich werden hier auch noch Empfehlungen gegeben, beispielsweise für die Positionierung des eigenen Produkts am Markt oder für bevorzugte zu verwendende Verkaufsargumente und für etwaige Reaktionen auf das Vermarktungsverhalten des betreffenden Konkurrenten. Das erklärt auch den Begriff Battlecard, da die vergleichende Gegenüberstellung in Kombination mit den Empfehlungen für den Vertrieb überzeugende Argumente liefern soll, um damit bei Kundengesprächen, Auftragsakquisitionen etc. das eigene Angebot gegenüber den Konkurrenzgeboten zu behaupten. Aber auch Marketingstellen können aus Battlecards geeignete Themen für Kampagnen, Unterlagen, Präsentationen usw. selektieren. Als Battlecard ist dieses Dokument im Prinzip also ein Instrument der operativen Wettbewerbsanalyse. Wegen seiner aggregierten und übersichtlichen Darstellung kann es aber auch sehr gut für strategische Zwecke verwendet werden. Eine Methode, die eindeutig taktischen Charakter besitzt, sind dagegen die sogenannten Stolperfallen. Von einer taktischen Wettbewerbsanalyse wird unter anderem auch erwartet, dass Konkurrenzinformationen so aufbereitet und angeboten werden, dass diese proaktiv gegen Wettbewerber eingesetzt werden können. Ein Anwendungsfall sind beispielsweise Marketingkampagnen, bei denen es darum geht, gezielt Marktanteile auszubauen oder Kunden zu gewinnen bzw. von Konkurrenten abzuwerben. Solche Kampagnen sind in der Regel auf bestimmte Märkte, also Segmente oder Regionen begrenzt und richten sich zumeist nur konsequent gegen einen oder einige wenige Wettbewerber in eben diesen Märkten. Für gezielte Attacken gegen die betreffenden Konkurrenten sind dann passende und überzeugende Argumente erforderlich, die in der Kommunikation mit Kunden verwendet werden können. Stolperfallen sind ein Beispiel für solch ein spezielles Vertriebs- und Marketinginstrument. Es handelt sich hier um standardisierte Übersichten, bei denen die Stärken und Schwächen der eigenen Firma und eines ausgesuchten Wettbewerbes aufgezeigt und einander gegenübergestellt werden. Ähnlich wie bei einer SWOT-Analyse entstehen so vier Quadranten, die in jeweils eine bestimmte taktische Vorgehensweise zugeordnet ist. Im Wesentlichen geht es dabei darum, die eigenen Stärken hervorzubeheben bzw. überzubetonen und im Gegensatz dazu die eigenen Schwächen sowie die Stärken der Konkurrenz, soweit es geht, abzuschwächen. Die Methode ist durchaus in gewissen Zügen subjektiv, weshalb gelegentlich nicht nur die tatsächlichen, sondern manchmal auch nur die vermeintlichen Stärken oder Schwächen angeführt werden. Ziel ist letztlich aber, die eigene Firma bzw. das eigene Angebot in das bestmögliche Licht zu stellen. Wie bereits erwähnt, existieren für jede dieser Methoden, nicht nur für die vier im Detail vorgestellten, sondern für alle elf zuvor aufgelisteten Methoden auch Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und in Form unterstützender Excel-Dateien. Ebenso existiert eine sehr umfangreiche Präsentation zur Wettbewerbsanalyse, weit ausführlicher als diese hier, die noch mehr Informationen zu Vorgehensweisen und Aspekten der Wettbewerbsanalyse in der industriellen Praxis enthält und natürlich auch zu allen hier nicht näher erläuterten Methoden und Tools. Für alle, die daran Interesse haben, bitte besuchen Sie diesbezüglich meine Website www.strategie-und-planung.de, über die sowohl die Tools als auch diese ausführliche Präsentation bestellt werden können. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank!